Hallo Filmstärzfans, ich bin Sebastian und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum dieses Video jetzt Sonntagabend kommt. Ich muss einfach so ein bisschen Marvel mal anders offensichtlich umstrukturieren, weil dieser Samstagfrühtermin hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Leider laufen die Videos nicht ganz so, wie wir uns das hier als Team erhofft haben. Weswegen ich so ein bisschen Angst habe, dass ich irgendwann gezwungen bin zu sagen, okay, wir müssen Marvel mal anders absetzen. Deswegen dachte ich mir, okay, schieben wir es mal auf Sonntagabend, vielleicht schauen es dann ein paar mehr Leute. Und wir müssen halt leider Gottes einfach echt mal ein bisschen schauen, wenn es weiterhin nicht so den Erfolg bringt und leider muss ich hier auch ein bisschen auf die Zahlen achten, dann müssen wir das hier vielleicht irgendwie umstrukturieren, ein komplett neues Format finden. Deswegen könnte es vielleicht sein, dass wir uns in dieser Form hier ein letztes Mal sehen. Aber wir schauen mal, wir reden heute auf jeden Fall über einen sehr interessanten Film, den man wahrscheinlich auch sehr kontrovers betrachten kann, nämlich Daredevil von 2003. Und ich basiere dieses Video jetzt auf dem Director's Cut, weil ich habe vor Ewigkeiten mal die normale Fassung gesehen und... Fancy, grandios, scheiße. Und ich meine, da stehe ich ja nicht alleine da. Selbst ein Ben Affleck, Hauptdarsteller dieses Films, hat mittlerweile ja gesagt, okay, ich hasse diesen Film, ich hasse diesen Film und ich wünschte, ich hätte ihn nie gemacht. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum Ben Affleck irgendwann gesagt hat, oh, ihr wollt, dass ich Batman spiele? Ja, okay, ich probiere es einfach nochmal. Und ich glaube, dieser Daredevil-Film ist auch der Grund gewesen, warum viele diese Wahl von Ben Affleck als Batman gehasst haben. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt über diesen Film sprechen, der tatsächlich gar nicht so scheiße ist, wie ich gedacht hatte. Er ist nur trotzdem immer noch nicht gut. Er ist bescheuert, aber er ist unterhaltsam auf seine eigene, sehr, sehr merkwürdige Art und Weise. Was das genau ist, darüber wollte ich jetzt mit euch in diesem Video sprechen. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler zu diesem grandiosen Comic-Meisterwerk. Ihr seid auf jeden Fall hiermit gewarnt worden. Ich habe es ja schon in meinem Intro gesagt, ich habe diesen Daredevil-Film schon lange nicht mehr gesehen. Und mittlerweile gab es ja dann auch die großartige Netflix-Der-Devil-Serie, die ich nach wie vor nur jedem wärmstens empfehlen kann. Mittlerweile ist sie ja nicht mehr bei Netflix, sondern bei Disney+. Aber wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an, weil das ist wirklich so Der-Devil in Perfektion. Was die Origin angeht, was dieses Düstere des Charakters angeht, der ja gerade auch sehr durch den Comic-Autor Frank Miller geprägt wurde. Den ihr vielleicht auch als den Mann hinter so Sachen wie 300 kennt oder eben Sin City. Und er hat ja auch einen sehr, sehr berühmten Run bei den Daredevil-Comics gehabt, für die auch so ein bisschen dieser Film hier Pate gestanden hat. Und deswegen muss man tatsächlich auch sagen, egal wie scheiße man diesen Film jetzt findet, so was die Origin-Story von Matt Murdock, dem blinden Anwalt angeht, der hier halt zu diesem Superhelden wird, ist dieser Film schon recht getreu. Also ich meine, es fängt ja dann auch wirklich damit an, dass wir den jungen Matt Murdock haben. Wir erfahren diese ganze Geschichte rund um seinen Vater Jack, der ja als Boxer eine gewisse Berühmtheit erlangt, bis er dann in irgendwelche schmierigen Geschäfte reingezogen wird, wo es dann auf einmal heißt, ja, du musst jetzt diesen Kampf verlieren. Und er will das Ding dann natürlich nicht verlieren und gerät dann so an den Kingpin, wird erschossen. Und das ist ja so ein bisschen diese tragische, persönliche Geschichte hinter einem Matt Murdock, der ja dann zusätzlich noch durch so einen Chemieunfall sein Augenlicht verliert, was denn aber seine ganzen anderen Sinne stärkt und er dadurch quasi zu diesem Daredevil-Superhelden wird. Was so ein bisschen komisch aber schon bei diesem Film ist und was denn ja auch eigentlich das bestimmt, was sich durch diesen ganzen Film zieht, ist die Art und Weise, wie dann mit Matt Murdock weiter verfahren wird, nachdem er seine Kräfte bekommt. Weil hier sagt man sich auch erstmal, okay, es ist irgendwo auch so ein bisschen sein Vater, der ihn dann da so mittreibt und mittrainiert. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dieser Film geht zu sehr darauf ein, so, okay, er ist blind geworden, aber jetzt ist er auf einmal ein Superheld, weil alles andere funktioniert. Also es gibt ja dann auch diese Sequenz mit dem jungen, blinden Matt, der dann auf dem Dach da an dieser Trainingsstation von seinem Vater mit diesem komischen Boxball da arbeitet und auf einmal direkt perfekt boxen kann und dieses Ding da umhaut wie nichts anderes. So, wo ich mir auch denke, so, okay, also der Sprung ist ein bisschen zu weit. Das ist ja zum Beispiel was, was die Netflix-Serie dann doch sehr viel besser macht, weil eben so eine Mentorenfigur wie Stick eingeführt wird, der einem jungen Matt Murdock denn halt wirklich zeigt, wie man kämpft, wie man sich als Blinder hier auch wirklich bewegt. Da bleibt die Netflix-Serie wirklich sehr auf dem Boden. Während der Film sagt sie einfach, okay, wir gehen all in. Es ist ein Comic-Charakter, der ist total krass, der ist gefühlt wie Spider-Man, nur heißt er halt Daredevil und deswegen fliegt er hier auch gefühlt durch die Gegend. Und das fand ich damals schon sehr, sehr merkwürdig und ich finde es heute immer noch sehr merkwürdig. Aber ich kann es diesem Film irgendwie verzeihen, weil er halt wirklich das durch den ganzen Film durchzieht. Ich meine, Matt Murdock springt durch die Lüfte krasser als Neo in Matrix, krasser als Spider-Man. Er springt ja zum Beispiel auch am Ende im großen Finale da von dieser Kirche und dieser Sprung, den er da macht, ist wo ich mir denke, okay, selbst Spidey hätte danach kurz gesagt, so hoch, das war aber ganz schön hoch. Und Daredevil kriegt das hier einfach irgendwie locker so hin, springt über riesengigantische Straßenschluchten und man denkt sich wirklich so, okay, kommt schon, Leute. Ich meine, klar, wenn man sich die Comics anguckt, auch da hat man ja sehr viel von Spider-Man in diese Figur von Daredevil reingepackt, weil er ja dann zum Beispiel diese Enterhaken in seinen Stöckern hat und sich dann genau wie Spidey durch New York schwingt. So, das ist alles irgendwo auch legitim, weil es halt in den Comics zu finden ist. Aber die Art und Weise, wie das hier jetzt in diesem Film umgesetzt wird, da denkt man sich wirklich, okay, sobald du durch Chemikalien blind wirst, bekommst du einfach die krassesten Superkräfte. Und es wird ja am Anfang irgendwie auch noch versucht zu sagen, so ja, er kann ja dann auch irgendwie so sehen, so mit dieser Echolot-Technologie und das stärkt ihn denn auf einmal. Aber ich denke so, wo stärkt dich das? Wie funktioniert das hier so wirklich? Da überspringt dieser Film einfach irgendeinen Punkt und sagt sich halt, okay, ist halt ein Comic-Held, das funktioniert halt einfach so. Das ist natürlich schade, gerade wenn wir kurz davor so einen Film hatten wie Spider-Man von Sam Raimi, wo man einfach gesehen hat, wie so eine Origin-Story wirklich gut funktionieren kann. Und Daredevil hätte das ja auch einfach irgendwie in die Handlung mit einbauen können, um zu sagen, ja, okay, so wurde aus dem kleinen Matt Murdock halt wirklich dieser Superheld. Weil das interessiert diesen Film irgendwie gar nicht. Was ich schade daran finde, ist, dass sie auch zu sehr in diese Batman-Richtung denken. Weil wenn wir den Erwachsenen Matt Murdock dann das erste Mal sehen, wenn ich mir seine Wohnung angucke, ich denke, du arbeitest als Anwalt pro bono. Das heißt, deine Leute bezahlen dich mit Kuchen, mit Hühnereiern oder mit sonst irgendwas. Das ist ja auch Thema in diesem Film. Das ist ja auch Thema in der Netflix-Serie. Aber da wieder auch. Diese Netflix-Serie bringt das sehr viel besser rüber. Hier in diesem Film, wenn ich mir die Wohnung angucke, die ein Matt Murdock mitten in New York hat, denke ich mir auch, okay, wow, wo hast du das ganze Geld her? Weil das ist ja ein Riesenpalast. Gleichzeitig wird auch irgendwie nie erklärt, woher er diese abgefahrene Rüstung hat, woher er diese abgefahrenen Waffen hat. Also da überspringt der Film halt wirklich einfach ein paar Elemente und sagt einfach, ja, Daredevil, ja, der ist so ein bisschen wie Batman, aber halt auch nicht so ganz. Aber trotzdem muss das irgendwie auch cool aussehen. Und das, glaube ich, ist auch genauso dieser Punkt, den dieser Film irgendwie erreichen wollte. Es soll halt cool aussehen. So alle Action-Sequenzen müssen halt super glatt aussehen und wirkt dadurch halt auch wirklich sehr geleckt. Das hat keine Ecken und Kanten, sondern wirkt immer wie in so einem Musikvideo, was ja auch dazu führt, dass dieser ganze Soundtrack von diesem Film irgendwie voll geballert ist mit irgendwelchen Pop-Songs und Evanescence-Sequenzen und hast du nicht gesehen. Nehmt allein nun mal diesen ersten Kampf, wenn Matt Murdock auf Elektra stößt, gespielt von Jennifer Garner. Dieser Kampf auf dem Spielplatz, wo ich mir auch denke, okay, wow, wir benutzen die Wippen und wir benutzen die Schaukeln und wir klettern über die Klettergerüste und das ist alles sehr, sehr stylisch, sehr, sehr cool. Und ich meine, klar, die Choreografien sind geil gemacht. Also da kann man wirklich nicht dran meckern. Aber da fehlt mir so ein bisschen was, weil die prügeln sich hier die ganze Zeit tot, sehen danach aber immer noch irgendwie total perfekt aus. Und Jennifer Garner so, ich bin ein Model, aber ich kämpfe noch ein bisschen durch die Gegend. Und auch Ben Affleck ist für diesen Film sowieso irgendwie zu sehr Babyface. Also da ist auch zum Beispiel so ein Charlie Cox vielmehr so ein Charakter mit Ecken und Kanten. Und diese ganze Problematik, die ich mit diesen zu perfekten Kämpfen habe, das zieht sich einfach durch den ganzen Film. Und auch hier dann wieder so dieser Punkt, dass es so extrem übertrieben ist, weil auch eine Elektra fliegt einfach durch die Lüfte. Selbst später ein Bullseye, der ja denn der große Gegner von Daredevil in diesem Film ist, kann die größten Sprünge hier überstehen und springt fröhlich durch die Luft. Wo ich mir auch denke, schaut euch mal die Sequenz zwischen Daredevil und Bullseye in der Kirche an. Also dieser letzte große Kampf, den die beiden haben, wo ich mich auch frage, wie groß ist bitte diese Kirche? Beziehungsweise wie groß ist bitte diese Orgel? Weil es fühlt sich an, als würde ein Bullseye einfach mal fünf Minuten durch die Gegend fliegen, bevor er dann irgendwie auf den Boden aufkommt. Also dieser Film ist Übertreibung in Perfektion. Und wie gesagt, irgendwo halte ich ihm das auch zugute, weil er sich wirklich sagt, okay, in den Comics ist das doch auch so. Und in den Comics könnt ihr damit irgendwie klarkommen. Warum nicht auch in diesem Film? Aber es wirkt halt einfach alles viel zu glatt. Es ist wirklich einfach viel zu übertrieben, viel zu theatralisch und zu Werbefilm-Clip-mäßig. Wo ich mir immer denke, ich möchte gerne, dass es zieht, weil die Choreografien sind ja echt cool. Und ja, auch wenn einige Sachen wirklich sehr, sehr CGI-lastig sind, hat es irgendwie auch einen schönen Comic-Look, zumal man ja auch wirklich versucht, in Bildern aus den Comics zu denken. Aber es überträgt sich einfach nicht so richtig. Und da kann man noch so viele ikonische Shots von Daredevil vor dem Hintergrund des Mondes irgendwie aufbauen. Oder dieses Bild, mit dem der ganze Film ja anfängt, mit diesem kaputtgeschlagenen Daredevil am Kreuz. Das ist ja wirklich auch eins zu eins übernommen aus dem Comic. Und so könnte man gefühlt durch den ganzen Film gehen und immer wieder auch Comic-Panels finden, die jetzt hier filmisch umgesetzt wurden. Und das sieht halt schön aus, aber überträgt sich einfach nicht, weil dieser Film seine Figuren leider dann in bestimmten Teilen auch nicht zu ernst nimmt. Das ist dann, glaube ich, halt auch für mich so das größte Problem. Und da können wir auch die Schauspieler mal durchgehen. Also, ich habe ja Ben Affleck schon angesprochen. Und Ben Affleck hasst diesen Film mittlerweile selber. Und man muss einfach sagen, er passt in diese Rolle nicht rein. Ich kann auch nicht beschreiben, was es ist, aber vielleicht ist es wirklich, dass ich zu häufig jetzt Charlie Cox als Daredevil gesehen habe. Und selbst das, was er da in She-Hulk abgeliefert hat, ist immer noch cooler als das, was wir jetzt hier in diesem Daredevil von 2003 bekommen. Weil, ich weiß nicht, wie gesagt, dieses Babyface, der hat auch irgendwie nie einen Kratzer oder irgendwie sowas. Das ist alles zu perfekt gedacht für einen Superhelden, der eigentlich wirklich eine sehr, sehr tragische Geschichte hat, der ja wirklich auch jemand ist, der ja auch wirklich sich die Hände mal schmutzig macht. Und das ist Ben Affleck's Matt Murdock einfach irgendwie nicht. Und ich fand Elektra an diesem Film irgendwie sehr cool. Jennifer Garner hat auch wirklich gut in diese Rolle reingepasst. Es gibt ja dann für sie später sogar noch mal einen Spin-off-Film. Aber auch hier, denke ich mir so, sie wird so in diesen Film reingeworfen. Und man versucht ja dann auch so ein bisschen diese Verbindung damit zu bringen, dass ihr Vater ja diese Beziehung zu dem Kingpin aufrecht hält. Und dass sie ja dann später auch glaubt, Daredevil hätte ihren Vater umgebracht. Da steckt ja auch eine gewisse Dramatik hinter. Aber das Problem ist, dieser Film nutzt diese Dramatik erst viel zu spät. Eigentlich hätte man das so an den Anfang des Films setzen müssen, sodass man direkt gleich so diesen Konflikt hat. So, okay, Elektra hasst Daredevil, aber sie liebt Matt Murdock. So, dann wäre da eine gewisse Spannung drin. Aber hier wird das einfach irgendwie so gesagt, okay, sie hasst jetzt Daredevil. Und dann kämpft sie irgendwann gegen Daredevil, natürlich wieder in so einem Tiger-and-Dragon-artigen Kampf, wo alle hier wieder dann fröhlich durch die Gegend fliegen. Und dann besiegt sie ihn, zieht ihm die Maske ab, sieht, es ist Matt Murdock und auf einmal ist alles vergessen. Wo ich mir denke so, okay, aber es ändert doch nichts daran, dass du immer noch denkst, dass Daredevil deinen Vater umgebracht hat. Und jetzt weißt du, Matt Murdock ist Daredevil. Müsstest du Matt Murdock dann nicht trotzdem hassen? Aber Liebe obsiegt. Und deswegen tut sie es nicht so. Da, finde ich, fehlt einfach in der Charakterentwicklung dieser Figur so ein kleiner Punkt, den man hätte mit reinbringen können, wenn man einfach gesagt hätte, das fängt alles viel früher damit an. Und dann, wem man in diesem Film aber, glaube ich, wirklich feiern muss, weil er einfach spielt, als wenn er in einer ganz anderen Dimension wäre, ist tatsächlich Colin Farrell als Bullseye. Also, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber es ist auf seine total bescheuerte Art und Weise einfach nur großartig. Ich meine, alle Szenen mit ihm sind auch so total schräg. Allein diese Sequenz am Flughafen, wo er durch diesen Security-Check geht und irgendwie auf einer Büroklammer rumkaut und die da an der Security das auch überhaupt nicht schräg finden. Es ist wirklich alles wieder sehr drüber, dass er auch dieses komische Narbengewebe da hat, was in Form von dieser Zielscheibe da ist und wo er dann irgendwie drüber streicht. und so, als würde er es am liebsten gleich noch küssen wollen. Großartig übertrieben. Also, das ist auch so overacting par excellence. Ich glaube, nur ein Nick Cage hätte das noch besser hingekriegt. Deswegen, allein für Colin Farrell kann man sich diesen Film schon angucken, weil man merkt bei ihm auch, er hat so unglaublich viel Spaß mit dieser Rolle und geht da einfach total auf. Und ich will sagen, okay, allein dafür muss ich einfach sagen, macht dieser Film dann irgendwo auch schon wieder Spaß. Gleichzeitig haben wir auf der Seite von Matt Murdock dann noch Jon Favreau als Foggy Nelson, was irgendwie ziemlich gut passt. Und ich mir auch denke, okay, das ist krass, wie viel Jon Favreau schon irgendwie früher bei Marvel überall seine Finger im Spiel hatte, bevor er dann selbst seinen eigenen großen Marvel-Film mit Iron Man gemacht hat und damit ja dann quasi das MCU losgetreten hat. Hier sehen wir ihn halt nochmal so ein bisschen in dieser Foggy Nelson-Rolle, die sich aber auch so ein bisschen anfühlt, als würde er einfach nur Happy Hogan spielen. Also Iron Man's Chauffeur, Diener, besten Freund, hast du nicht gesehen. Und wir haben tatsächlich Ellen Pompeo auch als Karen Page, also die Darstellerin aus Grey's Anatomy, hier in so einer ganz kurzen Rolle, zumindest im Directors Cut. Ich weiß nicht mal, ob man diese Szenen auch im normalen Cut hat. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber sie ist hier auch mit drin. Das wird zumindest alles so sehr comicgerecht aufgebaut. Wir haben ja auch Ben Urick, also den Journalisten, aus dem man hier auch mehr hätte machen können. Aber der ist halt einfach nur da, weil man sich ja, okay, für die Comics brauchen wir auch noch diesen Journalisten. Deswegen ist er da auch mit drin. Vergessen dürfen wir natürlich nicht Michael Clarke danken als Wilson Fisk aka Kingpin. Und hier bin ich echt zwiebelspalten. Auf der einen Seite, finde ich, ist er perfekt für diese Rolle. Auf der anderen Seite ist es einfach so verdammt schade, dass dieser Film nichts aus ihm macht. Also der Film versucht die ganze Zeit, ihn zu sehr im Schatten, im Hintergrund zu behalten. Und ich denke, nein, wenn ihr Michael Clarke Duncan für diese Rolle habt, dann stellt ihn mir da front und center. Ich will ihn sehen, weil dieser Typ hat einfach mit seiner physischen Präsenz genau das richtige Aussehen für einen Kingpin. Da kommt nicht mal ein Vincent D'Onofrio hinterher. Rein, wenn wir vom Körperlichen sprechen. Natürlich ist Vincent D'Onofrio als Kingpin nochmal eine Stufe besser, einfach weil er seine Figur ja auch viel mehr ausbauen konnte. Aber Michael Clarke Duncan hier in dieser Rolle, er ist cool. Vor allen Dingen, man hat ihm ja auch so dieses Outfit gegeben, auch mit dem G-Stock, mit diesem Diamanten dran und so. Da brennt schon wieder so mein Herz, einfach weil so bestimmte Comic-Bilder einfach auch, was den Kingpin angehen, hier wirklich gut getroffen wurden. Nur fand ich es halt schade, dass wir wirklich nur zum Schluss diesen Kampf zwischen ihm und dem Daredevil haben. Und danach ist die Geschichte von dem Kingpin eigentlich schon wieder gegessen. Auch da hätte der Film einfach das viel früher irgendwie aufbauen müssen. Ich glaube, wenn man den ganzen Film einfach vom Drehbuch her so ein bisschen umstrukturiert, dann könnte da wirklich auch ein geiler Film draus werden. So ist es halt leider nicht so ganz gelungen. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt mein Fazit sagen müsste, würde ich sagen, der ist nett und irgendwie auch unterhaltsam, aber er hat trotzdem so viele Fehler, gerade so viele Storyfehler auch, dass der Film für mich einfach nicht so richtig zieht. Kann ich ihn mittlerweile trotzdem genießen? Erstaunlicherweise ja, weil ich jetzt halt einfach sehe, okay, es ist so dermaßen überzogen, es ist so dermaßen gaga und es ist sehr theatralisch und sehr comichaft gedacht, dass es natürlich sehr drüber ist. Gerade wenn man sich vorher Filme wie Blade angeguckt hat, wenn man sich X-Men angeguckt hat oder eben auch Spider-Man, dann wirkt dieser Daredevil halt einfach sehr, sehr fremd in dem, was man da halt vorher gekannt hat. Und ich glaube, das hat dem Ganzen so ein bisschen die Beine gebrochen, weswegen daraus auch nicht mehr viel geworden ist. Nichtsdestotrotz, wenn ihr ihn schon lange nicht mehr gesehen habt, gebt ihm noch mal eine Chance. Ihr könnt ja dann auch sagen, okay, Sebastian, nee, sorry, der funktioniert immer noch nicht. Aber er ist wirklich nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und wer weiß, vielleicht konnte ich euch davon jetzt auch überzeugen. Ja, das war also Daredevil von 2003. Und wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr euch den Film noch mal anguckt. Ich habe ja schon in den letzten Videos mitbekommen, es gibt ja durchaus auch direkt Fans von diesem Film, was ich mittlerweile auch ein bisschen mehr verstehen kann. Also da muss ich tatsächlich zurückrudern. Und ich gebe das hier auch gerne zu. Aber jetzt frage ich an dieser Stelle natürlich wie immer euch, wie steht ihr zu diesem Daredevil von 2003? Wie steht ihr zu einem Ben Affleck in dieser Rolle? Was sagt ihr zu Colin Farrell als Bullseye? Schreibt mir all das bitte in die Kommentare. Und für mehr zu Marvel mal anders, klickt einfach auf eins von diesen Videos. ONLINE Karlsruhe Kiitos,